Staatsverband mit Ungarn Der kroatische König Demita Zvonimir, der mit der ungarischen Prinzessin Jelena der Schönen verheiratet war, starb ohne Nachfolger unter nicht zweifelsfrei geklärten Umständen, die kroatische Herrscher-Dynastie Tepemirović war somit ausgestorben. Es kam zu Thronstreitigkeiten im Land. In deren Folge der ungarische König Ladislaus das binnenländische Kroatien durch Unterwerfungsverträge mit den kroatischen Gesparen an sich brachte. Nach Ladislaus Tod versuchte Kroatien sich der möglichen ungarischen Herrschaft zu entziehen, wurde aber durch König Koloman wie auch Ladislaus aus der ungarischen Königsdynastie der Arpaden 1097 wieder unterworfen. Der ungarische König war durch verwandtschaftliche Verhältnisse mit der kroatischen Herrscher-Dynastie verbunden. Koloman schloss mit den zwölfmächtigsten Gesparenen von Kroatien einen Vertrag, wonach sie unter der Lehnshoheit Ungarns stehen und als Staatsverband mit diesem Königreich vereinigt, in allen inneren Angelegenheiten aber selbstständig sein sollten. Er wurde durch die sogenannte Pacta Conventa in Personalunion König von Kroatien. Die Verwaltung Kroatiens übernahm der Bahn ein kroatischer Vertreter. Dieser Staatsverband hielt bis zum Jahr 1526. Staatliche Insignien und Attribute des kroatischen Königreiches blieben bestehen. Seit Vladislav II. gesellte sich zu dem ungarischen Königstitel Rex daimazira i le Kroesie der Beisatz e Slavonie. Infolge der türkischen Eroberung wurde ein Teil Slavonins später als Kroatien von Slavonin im engeren Sinn geschieden. Die Türkenherrschaft verschlang großenteils diese Gebiete. Unter Kaiser Leopold I. wurde ganz Slavonin zurückerobert und im Kalowitzer Frieden 1699 an das Habsburger Reich abgetreten. Im 15. Jahrhundert wurde fast ganz Kroatien von den Osmanen erobert und schrumpfte auf einen kleinen Streifen zwischen Atria und Donau. 1527 wählte der kroatische Sabor in der Burg Zetin völlig frei und ohne fremde Beeinflussung Ferdinand I. von Habsburg zu ihrem König. Dabei erhofften sie sich eine effektivere militärische Hilfe bei der Verteidigung Kroatiens gegen die vordringenden Osmanen. Ferdinand I. sammelte Soldaten und stellte Geldmittel für Verteidigungszwecke zur Verfügung. Kroatien blieb seitdem mit kurzen Unterbrechungen in verschiedener Form bis zum Jahre 1918 unter der Herrschaft der Habsburger mit dem Königreich. Ungarn vereinigt Autonomie Kroatiens Kroatien war, mit Ausnahme einer kurzen Zeit nach dem 1699 mit den Türken geschlossenen Frieden von Kalowitz, niemals eine ungarische Provinz. Es hatte immer einen autonomen Charakter, obwohl der Grad dieser Autonomie im Laufe von 700 Jahren immer geringer wurde. Diese Autonomie stützte sich bis zum Jahre 1848 auf eine Zivilverwaltung unter einem königlichen Banus. Dieser war kroatischer Nationalität und hatte ausgedehnte Machtbefugnisse. Seine Verwaltung wurde weitgehend durch den kroatischen Landtag Sabor kontrolliert. Doch die gesetzlichen Beschlüsse, die dieser Landtag fasste, mussten mit den ungarischen Gesetzen übereinstimmen. Trotzdem waren zwei der wichtigsten Staatsakte in der kroatischen Geschichte der Neuzeit die Wahl der Habsburger Dynastie 1527 und die Anerkennung der pragmatischen Sanktion 1712, freie Entscheidungen der kroatische Stände und ein Ausdruck der autonomen Stellung Kroatiens als historisch-politische Individualität in seiner Beziehung zu Ungarn und zum Königreich. Die Türkenkriege Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts hatten die Osmanen ganz Serbien, Bosnien, die Herzegowina, Zetter, Morea und Albanien erobert. Das in Eile aufgestellte Kreuzzugschirr des ungarischen Königs Sigismund wurde 1396 in der Schlacht von Nikopolis von den Türken vernichtend. Geschlagen Zwischen den Osmanen und dem christlichen Abendland lag als einziger Puffer nur noch das kaum verteidigte kroatische Territorium. Das christliche Europa wandte sich hilfesuchend an den Papst und forderte eine Expedition Generalis gegen die Ungläubigen. Bosnien geriet 1463 unter osmanische Herrschaft und nach der schweren Niederlage auf dem Kribawafeld 1493 war der Widerstand des kroatischen Adels gebrochen. Die Türken eroberten die Gebiete südlich von GVOZD sowie das östliche Slavonin. Kroatien schrumpfte auf einen engen Streifen zwischen der Donau und der Atria zusammen. Die darauf folgende Wanderung der Kroaten nach Norden veränderte die Völkerzusammensetzung der Küstengegenden. Einzig die Republik Ragusa besaß eine gewisse Freiheit. Da sich die Stadt 1358 von der Herrschaft Venedigs frei gemacht hatte und dem türkischen Sultan jährlich Tribut zahlte, Die osmanischen Einheiten stießen bis kurz vor Karlovac vor. Und nachdem das christliche Heer von den Türken in der Schlacht bei Moheks im Jahre 1526 gänzlich aufgerieben worden war, spitzte sich die Lage auch für das übrige Europa zu. Das Ergebnis der Verteidigungsbemühungen im 15. Jahrhundert waren 30 Kriegszüge und 70 zerstörte Städte. Die Türkenkriege prägten zudem fast das ganze 16. Jahrhundert. Besonders herausragende militärische Erfolge gegen die osmanischen Eroberer erreichten die als kroatische Nationalhelden geltenden Banne Nikolaus Zubik, Zedrinski, Ivan Draskovic von Trakus Gensovi Nikolaus Frankopan im Jahr 1519 nannte Papst Leo X. Die Kroaten Antimorale Christianitatis. Ein Jahrzehnt später kam Kroatien in die schützende Gunst der Habsburger. 1527 erkannte der kroatische Adel den Habsburger Ferdinand I. als König von Kroatien und Ungarn an, was als Gegenleistung für die Verteidigungsführung gegen die Türken gilt. Kroatien wurden dieselben Rechte zugestanden wie dem ungarischen Königshaus. Der wachsende Verlust kroatischen Landes an die Türken führte zur Gründung eines neuen ungarischen Kroatien durch Aufnahme der drei Gespannschaften. Zagreb, Varazdin und Krisevschi in dasselbe, es siedelten sich auch orthodoxe Gläubige an, die nicht unter der osmanischen Besetzung leben wollten. 1592 eroberten die Türken die Festung Bihaq in Kroatien, die nebst einigen umliegenden Orten seitdem in türkischer Gewalt verblieb. Während des hundertjährigen kroatisch-osmanischen Krieges zwischen 1493 und 1593 wurden weite Teile Kroatiens durch kleinere Vorstöße und Plünderungen regulärer und irregulärer osmanischer Verbände verheert. Im 16. Jahrhundert fand auch die Reformation in Kroatien Eingang, wurde aber 1607 bis 1610 gewaltsam niedergeschlagen. Das völlig verwüstete und wirtschaftlich am Boden liegende Kroatien konnte Anfang des 17. Jahrhunderts kaum noch die Geldmittel für die Unterhaltung der Militärgrenze aufbringen. Im Laufe des 17. Jahrhunderts steckten die Türken Niederlagen ein, sodass der Frieden von Karlowitz 1699 für Ungarn und West-Slavonien die Freiheit von den Türken brachte. Im Vertrag trat der Sultan alles Land jenseits der Unna an das österreichische Kroatien ab. Die Niederlage der Türken vor Wien 1683 und die darauf einsetzende Befreiung der kroatischen Gebiete aus der türkischen Gewalt brachte Kroatien. Schließlich Frieden nach dem entlosen, jahrhundertelang fast ununterbrochen geführten Türkenkriegen Dalmatien unter venezianischer Herrschaft. Ladislaus von Anjou verkaufte im Jahr 1409 Dalmatien für 100.000 Dukaten an Venedig. Die Venezianer konnten daraufhin ihr Einflussgebiet noch weiter ausdehnen und herrschten bis zum Jahr 1797 neben Dalmatien auch noch über den größten Teil Istriens. Venedig eignete sich über seine Abgaben und Zollpolitik und massives Abholzen der Wälder in Dalmatien großen Profit an, ohne an einem ernsthaften Fortschritt derselben interessiert zu sein. Die Stadt Venedig steht zu einem großen Teil auf Baumstämmen aus Dalmatien, die venezianische Flotte verschlang ebenfalls Unmengen von Holz. Die teilweise vegetationslosen Karstbereiche Istriens und Dalmatiens entstanden größtenteils durch den Raubbau der Venezianer. Diese Gebiete blieben vor allem wegen der wirtschaftlichen Unterjochung hinter Venedig und den meisten anderen italienischen Staaten in ihrer Entwicklung weit zurück. Die Venezianer überließen den besetzten kroatischen Städten zwar eine gewisse Autonomie, jedoch durften nur venezianische adelige Oberhäupter der Städte stellen. Unter venezianischer Herrschaft wurde erstmals auch eine antikroatische Politik geführt. Bürgern der der Stadt Sada war es beispielsweise verboten, Ehen mit Kroaten einzugehen. Einzig der katholische Glaube verbannt die Kroaten mit den Venezianern. Die oligarchische und kolonialistische Politik Venedigs führte zu Widerstand und Aufständen. Der größte Aufstand fand im Jahr 1510 unter der Führung von Matija Inavnic auf der Insel HVAR statt. Die Uskokin bekämpften die Venezianer zulande mit Geriataktiken, zur See mit Piraterie. Allein Dubrovnik hat im Verlauf der Jahrhunderte dank seiner unangetasteten Autonomie, seiner Politik und Diplomatie, seinem Handel, seiner Seefahrt und seiner Kultur nichts von seinem Glanz eingebüßt. Im 16. Jahrhundert war die Handelsflotte Dubrovniks die drittgrößte im Mittelmeer und bestand aus über 300 Schiffen. Erst die Errichtung der kurzlebigen illyrischen Provinzen unter Napoleon Bonaparte beendete die Herrschaft Venedigs über den Großteil des kroatischen Küstenlandes.